Hohe Auftragslage, nahtloser Prozessfluss. Ihre Produktion läuft auf Hochtouren, doch plötzlich fehlt etwas. Es hat einen vermeintlich geringen Wert, aber eine umso höhere Bedeutung. Ein C-Teil. Setzen Sie auf automatisierte Datenübertragung, Versorgungssicherheit und eine lückenlos schlanke Fabrik. Ein großes Artikelspektrum, unterschiedlichste Ausführungen, Lagerorte und Lieferanten. Darin liegen die Herausforderungen bei C-Teilen. Darüber hinaus erschweren unvorhersehbare Bedarfsschwankungen die Disposition. Doch es geht auch ganz leicht mit unseren CPS-RFID-Kan-Bahn-Systemen, die automatisiert nachbestellen, sobald ein Bedarf besteht. Basis sämtlicher Lösungen ist der patentierte WIRT-Kleinladungsträger. Erhältlich in vielen Größen, gemäß VDA-Norm, mit individuellem Etikett und RFID-Tag. Bei Kanban handelt es sich um eine Methode zur Prozesssteuerung, die sich am realen Verbrauch von C-Teilen orientiert. RFID-Technologie löst die Nachbestellung von C-Teilen per Funk in Echtzeit aus. Unsere Lösungen folgen dem rollierenden Zwei-Behälter-Prinzip. Der erste Behälter wird genutzt, bis er leer ist. Der zweite, bestückt mit dem gleichen Artikel, steht dann direkt parat. Ein lückenloser Kreislauf. Manuelle Eingriffe in den Bestellprozess gehören damit der Vergangenheit an. Das WIS-Portal dokumentiert und analysiert alle Vorgänge zuverlässig. Abhängig von Ihrer Produktionslandschaft bieten wir Ihnen unterschiedliche RFID-Systeme. Beim iShelf ist der oberste Regalboden mit RFID ausgestattet. Leere Behälter werden darauf positioniert. Über den RFID-Tag wird die Nachbestellung der C-Teile ausgelöst. Trotz smarter Technologie entsteht so kein erhöhter Platzbedarf. Das iShelf ist flexibel einsetzbar. Verschiedene Größen des Regalbodens ermöglichen den Einsatz bei vielen Regaltypen. Die iBox braucht lediglich eine Stromversorgung und lässt sich beliebig platzieren. Leere Behälter werden darin verstaut und durch Schließen der Box wird nachbestellt. Die iBox Flex enthält ein zusätzliches Fach für RFID-Karten von Paletten. Dadurch können Behälter und Paletten automatisiert nachbestellt werden. Eine besonders platzsparende Lösung und ebenfalls für Paletten geeignet ist die iTag-Box. Datenübermittlung und Nachbestellung finden hier statt, sobald die RFID-Palettenkarte oder der Leerbehälter am System platziert wird. Der iPlacer lässt sich ganz flexibel installieren. Am Arbeitsplatz, am Durchlaufregal oder an jedem anderen Ort. Er kümmert sich um die Materialversorgung und die Bestandsverwaltung am Durchlaufregal. Für die direkte Versorgung am Arbeitsplatz ist der iPlacer die passgenaue Lösung. Das Tor zu maximaler Effizienz und Transparenz beim C-Teile-Management ist das iGate. Via Pulkerfassung verarbeitet es bis zu 200 Behälter gleichzeitig. Über das iGate können zudem Wareneingang und Ausgang kontrolliert werden. Für Teile, die alternative Lagerorte zum WKLT benötigen, haben wir iPush entwickelt. Die Technologie ermöglicht Nachbestellungen auf Knopfdruck. Schöpfen Sie die Potenziale von RFID-Kanban aus. Verschlanken Sie Ihre Beschaffungsprozesse für C-Teile mit spürbaren Effekten auf Ihre gesamte Wertschöpfungskette. CPS RFID-Kanban-Systeme Der WIRT Industrie Service